Eine Minute Zeit? Natürlich. Ein Teil von mir hält es immer noch für Wahnsinn, dass wir auch nur darüber nachdenken, Dampf abzulassen. Aber ich würde es gerne versuchen. Ich hätte gerne ein paar Augenblicke nur für uns, bevor wir uns für das Wohl der Galaxie in die Hölle stürzen. Das möchte ich auch, Garrus. Schön, das zu hören. Ich werde, äh, Nachforschungen anstellen und herausfinden, wie das überhaupt... Sie wissen schon. Okay, das klang jetzt übel. Hey, ich habe Wein mitgebracht. Was Besseres kann ich mir bei meinem Soll nicht leisten. Wenn Sie eine Torialerin wären, würde ich Ihnen jetzt Komplimente über Ihre Hüfte oder Ihren Kopfrand machen. Aber so, Ihr, ähm, Haar sieht gut aus. Und Ihre Hüfte ist eine gute Stütze. Hoffentlich ist das bei den Menschen keine Beleidigung. Wow, betrachte mich als verführt, du Süßholzraspler. Und jetzt sei still und hör auf, dir Sorgen zu machen. Es ist nur... In meinem Leben ist so viel schiefgegangen, Shepard. Mein Job bei C-Sicherheit. Die Sache mit Sidonis. Ich will, dass mal was richtig läuft. Nur ein einziges Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020